Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Insiders Insight. Ich bin Tobias und ich zeige euch heute, wie ihr mit dem Cognitive Classifier eine höhere Automatisierung erreichen könnt. Dazu benutze ich unser neues Natural Language Processing Modell, kurz NLP. Wir starten im Document Manager und prüfen zunächst, dass der Smart Block Cognitive Classifier eingeschaltet ist. Dieser Smart Block ist die Voraussetzung für die Arbeit mit dem Cognitive Classifier. Anschließend wechsle ich in die Registerkarte Training. Hier kann ich die aktuelle Leistung des trainierten Cognitive Classifiers mit den standardmäßigen Einstellungen auf der Testmenge sehen. Dies ist in Smartfix 5 die Kombination aus OCR Text und Visual Model. Die Ergebnisse sehen zwar nicht schlecht aus, bieten aber noch Potenzial für Verbesserungen, die ich im Folgenden nutzen werde. Für das neue NLP Modell nutzen wir modernste Sprach-Kain-Verfahren für die Klassifikation. Damit bieten wir eine Lösung, die nicht nur leichtgewichtig ist, sondern auch höchste Klassifikationsleistung liefert. Den Umstieg vom bisher verwendeten OCR Text Modell hin zum NLP Modell zeige ich euch jetzt. Ich öffne den Configurator und navigiere in der Konfiguration unseres Mandanten zu den Konfigurationseinträgen des Cognitive Classifiers. Hier kann ich die Modelle angeben, die der Cognitive Classifier beim Training nutzen soll. Wie ihr seht, werden hier aktuell die Modelle OCR Text und Visual Model genutzt. Im Eintrag Model Inputs sind die dazugehörigen Eingabetypen hinterlegt. In diesem Fall Text und Image. Um nun das neue NLP nutzen zu können, reicht es aus, den Eintrag OCR Text durch den Eintrag NLP zu ersetzen. Da beide Modelle auf dem Eingabetyp Text basieren, müssen wir keine weiteren Änderungen vornehmen. Nun speichere ich meine Einstellungen und schließe den Configurator. Wie ihr seht, ist der Umstieg vom OCR Text Modell auf das neue NLP Modell einfach und schnell. Damit wir neben Textdokumenten auf Bilder weiterhin zuverlässig klassifizieren können, haben wir das Visual Model unverändert gelassen. Das neue NLP Modell kann, so wie das OCR Text Modell, problemlos in Kombination mit dem Visual Model verwendet werden. Nachdem ich die nötigen Einstellungen vorgenommen habe, wechsle ich wieder zurück in den Document Manager. Hier sehen wir unsere bisherige Klassifikationsleistung von 93% als Referenz. Jetzt trainiere ich den Klassifikator basierend auf dem NLP Modell und dem Visual Model neu. Durch den Cognitive Classifier werden die Merkmale der einzelnen Belege für ein performantes Training in einem Cache auf Dateiebene gespeichert. Um diesen Cache an die geänderten Merkmale anzupassen, ist es notwendig, die vorliegenden Dateien zu bereinigen. In der Registerkarte Training klicke ich dazu auf die Schaltfläche mit dem roten Kreuz Mengeninformationen löschen. Hier wähle ich den Punkt Cache löschen aus. Mit einem anschließenden Klick auf Ja bestätige ich, dass der Cache wirklich gelöscht werden soll. Das Training kann, wie üblich im Cognitive Classifier, über den grünen Pfeil in der Registerkarte Training gestartet werden. Dazu wähle ich den gewünschten Klassifikator und bestätige die Schaltfläche Start. Nun werden die Merkmale für das Training basierend auf den eben konfigurierten Modellen vom Ovation-Server erzeugen. Der Ovation-Server wird während des Trainings automatisch gestartet. Gibt es wie in unserem Fall eine Testmenge, so werden für diese die Merkmale ebenfalls neu erzeugt und die Menge wird automatisch neu ausgewertet. Nachdem das Training beendet ist, seht ihr in der Registerkarte Training nun auch die verbesserte Klassifikationsleistung auf unserer Testmenge von rund 97%. Durch den einfachen Wechsel vom bisherigen OCR-Textmodell hin zum neuen NLP-Modell konnten wir also unser Ergebnis um 4% erhöhen. Damit wurde die Automatisierungsrate fast verdoppelt. Und somit konnte der Aufwand in der manuellen Nachbearbeitung um fast die Hälfte gesenkt werden. Die Optimierung muss hier aber noch nicht abgeschlossen sein. Durch das Hinzufügen von weiteren interessanten Belegen, zum Beispiel aus dem Active Learning, habe ich noch weiteres Potenzial für Verbesserungen. Nun habt ihr gesehen, wie ihr mit einer kleinen Änderung im Configurator euren Cognitive Classifier auf das neue NLP-Modell umstellen könnt. Ihr profitiert dabei von einer besseren Klassifikationsleistung bei gleichbleibend schneller Berechnungszeit. Wir empfehlen, das neue NLP-Modell auch für eure Datensätze zu prüfen. Damit verabschiede ich mich für heute und hoffe, wir sehen uns zum nächsten Insiders Insight wieder.